Die Buchreihe Tipptoy – Wieso, Weshalb, Warum vermittelt Sachwissen und beantwortet wichtige Kinderfragen auf Augenhöhe. Im Buch auf dem Bauernhof erleben Kinder den Alltag in der modernen Landwirtschaft. Auf dem Klausenhof ist der Traktor das wichtigste Fahrzeug. Authentische Geräusche, Dialoge und Erzähltexte machen Wissen lebendig. Auf acht Doppelseiten lernen Kinder alles über dem Bauernhof. Detailreiche Illustrationen bringen den Alltag in einem landwirtschaftlichen Betrieb näher und zeigen, wie moderne Nutztierhaltung heute aussieht. Auf jeder Seite gibt es spannende Spiele und Hörspiele zu entdecken, mit denen Kinder das Gelernte vertiefen können. Die Tipptoy-Redaktion empfiehlt die Buchreihe Wieso, Weshalb, Warum ab vier Jahren. Das Buch auf dem Bauernhof ist auch als Starterset mit Stift erhältlich. Das Sachwissen ist fachlich geprüft und wird verständlich erklärt. Mit Hörspielen, Geräuschen und Liedern tauchen Kinder in die Welt des Bauernhofs ein. Das Tipptoy-Sortiment umfasst über 100 Bücher, Spiele und Puzzles mit den wichtigsten Lern- und Wissensthemen für Kinder zwischen zwei und zehn Jahren.